In den Wiener Kindergärten gibt es aktuell mehrere Verdachtsfälle betreffend mutmaßlich sexuellen Missbrauch von Unmündigen. Diese Schlagzeile hat zuletzt sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, auch international. Wie steht es aktuell in diesem sehr dramatischen Fall? Wie geht es aber ganz generell den Kindern in Wien? Wie sind deren Rechte und deren Pflichten? Und wie geht Ihnen psychisch und physisch viele Themen? Und den bespreche ich jetzt mit dem Leiter der Wiener Kinder- und Jugendanwaltanschaft, mit Erkan Niknavs. Danke fürs Kommen. Schönen guten Morgen, Herr Koller. Danke für die Einladung. Ja, beginnen wir mit dem Thema in einem Kindergarten im 14. Wiener Bezirk. Da werden derzeit ja rund vier Verdachtsfälle untersucht betreffend mutmaßlichem sexuellen Missbrauch. Sie sind in einer Kommission und auch im Gemeinderatsausschuss mit dabei gewesen, als diese Themen auch diskutiert werden. Wie ist denn da aktuell der Stand der Dinge? Aktuelles Stand ist, dass wir seit ungefähr über vier Wochen eigentlich so dem Thema ermitteln und unser Bericht wird Anfang Juli fertiggestellt. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir eine Vielzahl von Informationen haben und eine auch auf die Zusammenarbeit und Unterstützung der Dienststellen der Stadt Wien, also Magistrat, zu greifen. Und ich denke, in zwei Wochen wird unser Bericht fertig sein. Die Vorfälle liegen ja teilweise ein Jahr zurück. Und da wurde vor den Eltern ja ganz massiv kritisiert, dass die Information an Sie eben so erst sehr, sehr viel später ergangen ist. Quasi ja erst vor wenigen Wochen, als dieser Fall dann ja auch medial ins Rollen gekommen ist. Obwohl er sich ja, wenn er sich zugetragen hat, vor über einem Jahr zugetragen hat. War diese Verzögerung, meinen Sie, Absicht? Oder war das quasi nur Schlamperei? Also ich kann zudem noch nicht was sagen, weil der Bericht am Anfang Juli kommen wird, aber eine Vielzahl von Eltern, also fast hunderte Eltern haben sich bei uns gemeldet. Und wir haben es, also die ausführliche Information und was da im letzten Jahr passiert ist, Abläufe konnten wir es ganz genau eigentlich anschauen. Jetzt haben sich viele Eltern ja dann auch über den Elternverein an verschiedene Institutionen der Stadt gewendet, mit dem Gefühl, allein gelassen worden zu sein oder bewusst umgangen worden zu sein. Manche werden jetzt auch von einem Rechtsanwalt vertreten, der die Stadt Wien klagen will. Ist das eine Vorgangsweise, die man da als Kinder- und Jugendanwalt grundsätzlich unterstützt, sozusagen den Klagsweg da zu bestreiten? Oder wird da übers Ziel hinausgeschossen? Also da kann ich noch gar nichts sagen eigentlich. Aber die Eltern, die sich an uns wenden, natürlich bekommen, die Unterstützung, sowohl die Information, was demnächst passieren könnte, aber auf der anderen Seite natürlich die psychische Begleitung ihrer Kinder und Jugendlichen oder sich selbst. Das macht einem ja geradezu fassungslos, was da vorgeworfen wurde. Es steht der Verdacht im Raum, dass sich ein Pädagoge, möglicherweise auch andere Personen, aber jedenfalls konkret ein Pädagoge an sehr kleinen Kindern vergriffen haben könnte, in welchem Ausmaß noch immer. Das steht dann offenbar in diesem Bericht. Aber ist das so, dass in Kindergartengruppen da immer nur einer ist, dem Kinder, wenn diese Person böse Absichten hegt, quasi schutzlos ausgeliefert sind? Also wir schauen uns selbstverständlich auch die Abläufe in den Kindergärten, Kindergruppen an. Und daher ist ja auch unsere Empfehlung oder Forderung seit einigen Jahren in allen Bildungseinrichtungen die sogenannten Kinderschutzrichtlinien oder Konzepte eigentlich etabliert werden sollen. Und ich denke, es sind einige Schritte jetzt mal von der Politik eingeleitet worden. Sie wissen ja, es wird nicht nur von einem Wiener Kinderschutzgesetz gesprochen. Mittlerweile ist auf der Bundessebene, die wir auch vor einiger Zeit auch gefordert haben, dass bundesweit eigentlich diese Richtlinien eigentlich etabliert werden sollen. Und was ich aber hier noch einmal meinen möchte, ein Kinderschutzkonzept ist jetzt nicht von heute auf morgen fertig. Das ist eine Richtlinie, dass die Kinder und Jugendlichen in Bildungseinrichtungen ausreichend Schutz und Entfaltung finden sollen. Das sind ja auch Räume, wo die Kinder einen pädagogischen Raum haben, pädagogisches Personal haben. Aber natürlich, wie Sie wissen, es gibt immer wieder Fälle von sexuellem Missbrauch. Es gibt immer wieder Fälle von Personen, die eigentlich ihren natürlichen Autorität oder Berufsautorität eigentlich missbrauchen. Und da ging es darum, mögliche Risken mit den Mitarbeitern und Mitarbeitenden, aber genauso gut mit dem Leitungsebene genau anzuschauen. Wo liegen die Risken? Wer sind unsere Zielgruppe? Was sind ihre Stärken und Schwächen? Auf der anderen Seite haben wir wirklich Mitarbeiter und Mitarbeitenden, die genau diese Risken eigentlich seitgerecht beobachten, sehen und melden können. Das ist auch eine wichtige, wichtige Komponente. Tatsächlich das, was man sieht, mögliche Risken und die an richtigen Stellen zu melden. Und nach dieser Meldung natürlich auch ausreichend gut zu kooperieren, damit es zu einer guten Lösung kommt. Und das ist nicht ein Thema, das von heute auf morgen fertig ist. Das ist ein Kreislauf. Zum Beispiel auch diese sogenannten Risikoanalysen müssen periodisch sein. Jede, alle drei Jahren, alle vier Jahren, zum Teil auch alle zwei Jahren, hängt von Zielgruppe und Personal ab. Das heißt, es ist eine ständige Auseinandersetzung mit der Thematik. Wobei das Problem ja ist, dass häufig Pädagogen tatsächlich alleine in diesen pädagogischen Räumen sind, das auch physisch alleine. Und da nur teils wirklich sehr minderjährige Kinder, drei, vier, fünfjährige im Raum sind und sonst niemand. Also beobachten kann man das nur sehr bedingt. Überwachungskameras sind im Wesentlichen nicht vorhanden. Und die Kinder können das eventuell ja gar nicht artikulieren. Und sagen das verklausuliert oder in einer spielerischen Art und Weise und vielleicht einander widersprechend. Die Beweisführung in solchen Fällen, sollten sie denn tatsächlich vorkommen, und das wird jetzt ja eruiert werden, ist eben auch relativ schwierig. Das eine ist natürlich der Teil der Justiz. Tatsächlich, was da passiert ist. Es ist ja bis jetzt eine Verdachtwahl. Und das andere ist natürlich der Umgang der Organisationen mit solchen Verdachtsfällen. Das ist unser Teil. Und wie ich gesagt habe, bis in zwei Wochen ist, nun wird unser Bericht fertig sein. Es hat mehrere Teile. Und ich glaube, das wird auch nicht nur das, was passiert ist und wie die Prozesse gelaufen sind, aber glaube ich auch für die Zukunft machen wir Empfehlungen und auch noch einmal machen auf Gesetze aufmerksam und natürlich auch Lücken, die geschlossen werden müssen. Jetzt ist dieser Fall des Kindergartens in Penzing ja einer, der die Öffentlichkeit erreicht hat, teilweise auch die Weltöffentlichkeit. Dieses Thema wurde massiv auch im Ausland sozusagen medial begleitet. Sie haben aber das Ohr direkt dort an der Front, wo die Dinge ja passieren, die da vielleicht nicht medienöffentlich sind. Ist dieser Vorfall im Penzing möglicherweise nur die Spitze eines sichtbaren Eisbergs und darunter gibt es viel mehr solcher Fälle, die medial noch nicht transportiert worden sind oder ist das wirklich ein Einzelfall? Wissen Sie, es ist schwierig, darauf einen Anspruch zu geben. Wir haben es auch dokumentiert, dass seit einigen Jahren zum Beispiel im Sportbereich eine Vielzahl von Verurteilungen auch wegen sexuellem Missbrauch von Kindern gegeben hat. Immer wieder gibt es natürlich eine öffentliche Empörung über das, was passiert ist. Es ist furchtbar, Kinder und Jugendliche, die unmündig sind noch Betreuung und eine Ansprache brauchen, werden sie von Autoritätspersonen mehr oder weniger missbraucht. Und auf der anderen Seite, wir haben es auch letztes Jahr von einer Schule zum Beispiel berichtet, wo so mehr Missbrauchen über Jahrzehnte eigentlich gekommen ist. Es ist schwierig zu sagen, dass dieser, jeder Fall ist an sich furchtbar. Wenn ich an die Eltern denke, an die Kinder denke, die jetzt mal vermutlich ein Opfer oder Opfer von sexuellen, schweren sexuellen Missbrauch sind, das sind keine singuläre Fälle. Das ist, ob Missbrauch von Kindern hat weiterhin eine Aktualität, leider. Und unsere Aufgabe ist natürlich auch in der Kinder- und Jugendanwaltschaft, aber darüber hinaus in der Gesellschaft, aber im Magistrat natürlich auch der Stadt Wien, wo ich sagen möchte, dass wir volle Unterstützung bekommen haben für die Aufklärung der Angelegenheit. Es ist unsere Aufgabe, wir müssen uns unsere Kinder schützen. Aber der Schutz alleine funktioniert nicht so einfach. Es sind mehrere Aspekte. Das eine ist tatsächlich die Versorgungssicherheit, hochqualitatives Versorgungssicherheit. Das muss sichergestellt sein. Auf der anderen Seite natürlich der Schutz der Kinder und Jugendlichen, dass ihnen körperlich und seelisch kein Leid zugefügt werden kann. Aber auf der anderen Seite müssen wir, die dritte Etappe ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass die Mitsprache und Teilhabe der Kinder und Jugendlichen, das heißt, diese drei Aspekte müssen genau, also wirklich eins zu eins funktionieren, damit es tatsächlich zum Schutz kommt. Sonst fällt ein Teil, wenn Kinder nicht gehört werden, dann ist nämlich eine große Linke. Aber jetzt Hand aufs Herz, wenn man mit Fällen konfrontiert wird, die von außen an einem herangetragen werden, so wie das bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft ja der Fall ist, wissen Sie, zumindest verdachtsweise auch von anderen Fällen, ohne dass Sie die jetzt nennen können, das ist mir schon klar, aber gibt es da mehrere solcher Sumpfgebiete sozusagen oder ist das jetzt ein drastisch dramatischer Einzelfall? Wissen Sie, es sind immer wieder Verdachtsfälle, selbstverständlich. Wenn wir aber von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sprechen, es ist natürlich das eine ist die Institution, das andere ist natürlich, die Kinder und Jugendlichen leben ja so in drei wesentlichen Räumen. Das heißt, eine ist das eigene Zuhause, dann die Elementarpädagogik und Schule, Bildungseinrichtungen, der öffentliche Raum und die digitale Welt. Das sind die Räume, wo die Kinder sind. Und überall, wo die Kinder und Jugendlichen aufwachsen, sozialisiert werden, gibt es Übergriffe. Und ich kann Ihnen ein Beispiel geben, zum Beispiel im vorletzten Jahr, wenn ich mir den Bericht von Kinder- und Jugendhilfe anschaue, es ist über 160 Fälle, wo die Behörde aktiv sein müsste, ein Verfahren einleiten musste, weil Verdachtfälle da waren. 160 Fälle im Jahr. Genau. Und wenn ich mir aber, letztes Jahr hatten wir auch mit einem Museum zum Beispiel eine Auseinandersetzung, dass die Werke von einem berühmten österreichischen Künstler ausgestellt worden ist, der aber wiederum in der Geschichte eigentlich einen Vielsaal von Kindern und Jugendlichen sexuell missbraucht hat und dafür zum Beispiel auch verurteilt war. Das heißt, die Sensibilisierung in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft und sowohl in den Bildungseinrichtungen, auch bei den Eltern, Erwachsenen zum Beispiel, ist extrem wichtig. Extrem wichtig, dass dieses Thema wird uns eine Zeit lang begleiten. Und ich denke, die gesetzlichen Änderungen zum Kinderschutz auf der Landes- und Bundessebene werden wesentliche Schritte sein, tatsächlich die Kindheit und Jugend auch ohne Leid zu ermöglichen. Und ja. Ja, ganz aktuell dazu. Und erst gestern diskutiert im Wiener Landtag der Jahresbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft sozusagen vor einem Tag politisch diskutiert und dann auch freigegeben. Da geht es jetzt unabhängig vom aktuellen Fall, der im Jahr 2021 ja noch gar nicht gearbeitet war. Das ist der Bericht vom letzten Jahr um die aktuellen Problemfälle. Sie haben es ja jetzt schon gesagt, es gibt mehrere Bereiche, in denen sich Jugendliche aufhalten. Das eigentliche Zuhause, das pädagogische Umfeld, der Freundeskreis, die Freizeit und die digitale Welt. Was sind denn so jetzt die Hauptproblemfelder, wenn man an die Hauptfälle denkt, die an Sie herangetragen werden? Wir haben ja jetzt exemplarisch den Kindergarten in Penzing da diskutiert, aber ganz grundsätzlich gesagt, was sind die Hauptproblemfelder, mit denen Sie in Ihrer Funktion konfrontiert werden? Also in meiner Funktion bin ich natürlich sehr viel mit Bildungseinrichtungen konfrontiert. Und wenn wir das Jahr 20 anschauen, der zentrale Punkt war ja die Corona-Krise und der Umgang mit den Kinder und Jugendlichen, den Schulen, Kindergärten und natürlich genauso gut die Ressourcen der Schulen. Und wenn wir sehen, dass wir seit einigen Jahren eine Mehrfachkrisen eigentlich durchleben. Ein Jugendlicher, der heute 18 Jahre alt ist, hat schon etliche Krisen hinter sich. Und das eine ist, nochmal der Öffentlichkeit und Entscheidungsträgerinnen klarzustellen, dass die Kinder und Jugendlichen in Sachen, wo sie betroffen sind, bei den Entscheidungen mit einbeschlossen werden, dass ihre Meinung eigentlich geholt werden soll. Und in Österreich haben wir Organisationen, Gremien, wo Kinder und Jugendlichen und Studierende eigentlich gut organisiert sind. Das ist das eine. Und sie haben eine gewisse Krisenfestigkeit eigentlich bis jetzt nachgewiesen Opfer, man natürlich sagt, dass österreichische Kinder und Jugendlichen verwöhnt sind und so. Ich bin nicht dieser Meinung. Ich bin nicht dieser Meinung. Da müsste eigentlich jedes Mal auf Kindeswohl geachtet werden, bei allen Entscheidungen. Auch in den Krisenseiten, das zeichnet uns ja aus. Wenn eine Krise ist, dann sind alle auf diese Krise konzentriert. Und eigentlich das Wesentliche dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das sind unsere Kinder und Jugendlichen. Da war ja jetzt Homeschooling so ein großes Thema, weil Sie von den Krisen sprechen. Viele Jugendliche mussten zu Hause bleiben in einem sehr beengten Umfeld. Da war möglicherweise Vater, Mutter sollten die überhaupt vorhanden sein. Ebenfalls da. Alle waren gestresst. Das Freundesumfeld ist physisch ausgefallen. Allenfalls online vielleicht vorhanden. Hat das sichtbare Spuren hinterlassen? Gibt es da klare Erhebungen, die auch schon im Bericht drinnen sind, dass diese zwei Pandemie-Jahre tatsächlich den Zustand der Jugendlichen verschlechtert hat? Ja, das ist auch die Wissenschaft und alle Einrichtungen, Organisationen, Institutionen mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, haben es in den letzten Monaten oder Jahren berichtet, dass es diese zwei Jahre den Jugendlichen eigentlich sehr viel zugesetzt hat. Die Isolation, aber zum Teil natürlich wegbleiben von sozialen Räumen und den Freundschaften hat die Jugendlichen eigentlich schwer zugesetzt. Und auf der anderen Seite ist natürlich, wenn wir jetzt die letzten Monate anschauen, die steigernde Armut und vor allem Kinderarmut und die zum Teil auch mit Verwahrlosigkeit zusammenhängen kann, das sind natürlich große Gefährdungen. Auch die, wie ich davor gesagt habe, die Versorgungsqualität in den Räumen, wo die Kinder und Jugendlichen leben. Das ist Gesundheitsbildung und Freizeit. Und zum Teil natürlich kommt dazu noch die digitale Welt und die Rechte der Kinder und Jugendlichen. Das ist wiederum ein Bereich, der zum Teil vollkommen nicht reguliert ist und das eigentlich wie der Tor und Tür eigentlich zum Missbrauch von Kinder und Jugendlichen in der digitalen Welt dann eröffnet. Also ein Missbrauch, ein großes Thema. Wir haben gestern erst hier in der Sendung von einem Bericht einer KRONE-Reporterin berichten müssen, die bei einem Schussattentat quasi in Favoriten auf einem Park mit Jugendlichen, in dem Fall tschetschenischen Jugendlichen, gesprochen haben, die beobachtet haben, wer da der Täter sein könnte. Und da ist immer wieder das Wort Bandenkrieg gefallen, wo Jugendliche im Teenageralter einander durchaus feindlich gegenüberstehen und das auch mit mehr oder weniger gefährlichen Waffen austragen. Ist Gewalt, wir haben jetzt über sexuellen Missbrauch gesprochen, aber ist Gewalt im klassischen, im physischen Sinn auch ein sehr dominantes Thema? Gewalt kann immer singulär furchtbar sein. Grundsätzlich kann ich sagen, Wien und Österreich eigentlich, was Gewaltforschung betrifft, ist eine Insel der Seligen. Aber natürlich jede Gewaltfalt, die wir erfahren, ist für die betroffenen Menschen katastrophal. Und ich kann mich erinnern, wie wir hier ein Interview geführt haben, wie einige Jugendlichen miteinander gestritten oder sich geschlagen haben. Das erzeugt immer natürlich eine gewisse Ohnmachtgefühl. Also auch Bandenkriegssituation damals am Handelskeits, tschetschenische Banden gegen albanische Banden gegen serbische Banden. Also das ist schon... Also das heißt, es wird natürlich, wir müssen es ja die Sachen immer beim Namen nennen. Es ist furchtbar anzuschauen, wir müssen das verhindern, aber wir haben es in Wien oder in Österreich nicht den Zustand, dass wir in Gewalt versinken. Ist nicht der Fall. Aber natürlich, wir müssen es trotzdem auf diesem Niveau, das hohe Niveau müssen wir halten und dafür müssen wir weiterarbeiten. Wir haben dafür zum Beispiel eine Fortbildungsreihe in die Wege geleitet, tatsächlich riskantes Verhalten bei Kindern und Jugendlichen rechtzeitig zu erkennen, an die richtigen Stellen zu melden und kooperieren. Und da arbeiten vier Berufsgruppen zusammen zum Beispiel. Das ist die Präventionsbeamten der Polizei, es ist die Pädagoginnen und Pädagogen der Schule, Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen von der Kinder- und Jugendhilfe und die Wiener Jugendarbeit. Das heißt, anhand aktuellen Fällen werden es dann durchgegangen und versucht man an die richtigen Stellen, wenn man riskantes Verhalten beim Kind und Jugendlichen erkennt, aber genauso gut zum Beispiel erkennt, dass mögliche übergriffiges Verhalten gegen ein Kind zum Beispiel dasteht. Wo kann ich das melden? Mit wem kann ich kooperieren? Und wie können wir eigentlich seelgerichtet die Kinder und Jugendlichen schützen? Mit mir wieder beim Missbrauchsthema sind. Ein sehr präsentes Thema. Sie sagen, Gewalt ist im internationalen Vergleich in Wien zwar vorhanden, aber zum Glück nicht so prioritär sexueller Missbrauch. Ohne kleinzureden auch. Ohne es kleinzureden, keine Frage. Sexueller Missbrauch ist ein Thema auch in der digitalen Welt. Kommen wir ganz am Schluss nochmal zurück, weil das ja viele interessiert. Der verdächtigte Pädagoge wurde abgezogen vom Dienst. Versieht der jetzt noch Dienst sichtbar an anderen Gruppen? Was macht ihr jetzt gerade? Also wie ich gesagt habe, der Bericht ist Anfang Juli fertig. Es wird auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und da können es dann unsere Erkenntnisse eigentlich gut verfolgen und nachvollziehen. Und weil Sie auch die digitale Welt als mögliches Feld für sexuellen Missbrauch genannt haben, in welcher Art und Weise muss man sich das dort vorstellen? Naja, das eine ist natürlich die Kinderrechte in der digitalen Welt und das andere ist natürlich die Bestimmungen der Jugendschutz, die eigentlich nicht nur im realen Welt, auch natürlich im digitalen Welt eigentlich eingehalten werden. Wenn wir uns aber anschauen, wie die Provider mit den rechten Kinder und Jugendlichen umgehen und mit den Jugendschutzbestimmungen, dass jedes Kind oder Jugendliche über sein Handy auf Seiten kommt, die jugendgefährdend ist. Das eine ist natürlich all diese pornografischen Seiten und das andere ist all die radikale extremistische Gruppen, die im Internet Kinder und Jugendlichen rekrutieren versuchen und die muss unterbunden werden. Das sind zwei Dinge. Das eine ist natürlich Prävention, dass wir den Kinder- und Jugendlichen Medienkompetenz tatsächlich näher bringen. Dafür aber zum Beispiel unsere Magistratsabteilung Bildung und Jugend macht einiges, auch die Schule. Aber auf der anderen Seite, die Internetprovider müssen auch daran gehalten werden, dass sie solche Seiten, wenn sie den Schutz der Kinder nicht gewährleisten, aus dem Netz nehmen müssen. Es gibt viel zu tun weiterhin, insbesondere im Bereich des sexuellen Missbrauchs. Wir werden auch den Bericht natürlich intensiv verfolgen, der sich konkret mit Penzing beschäftigt, mit dem Kindergarten. Erkan Niknavs, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung, Herr Koller. Die Einladung, Herr Koller. Die Einladung, Herr Koller. Ich bin einfach in der Stadt.